Let's Play Portal 2 Und wie kommen wir nach oben? Was fragst du mich mal für schwierige Sachen? Ähm, joa Jetzt kommen wir noch nichtmals hier hoch oder was? Das finde ich jetzt aber nicht nett Ja klasse, das war mein Portal Ja, ich hab da ne Idee Ja, ich auch Ach so Okay Ich weiß gerade nicht welche Au, ja das hat's nicht gebracht Naja, ich weiß schon was ich machen muss Du müsstest allerdings, ne du musst, ach Wo landet man eigentlich, wenn man da Auf das Sprungflutschteil da jumpt? Hier, bei mir Genau da und nicht erst an der Decke? Ne Okay Äh, shit Ah, ich hab ne Idee Aber ich komm hier noch nicht mal runter, ich muss mich abkacken lassen Also ich bin da Wie hast du das gemacht jetzt? Geh einfach durch mein blaues Portal da Mein Held auf dem Boden Dann muss ich aber erstmal abkacken Weil ich komm da nicht mehr runter Wie kann man hier versagen? Es ist nicht mal ein Test Ja das war ja auch Absicht Und ey Also einfach durch dein blaues Portal Ja ja, dann kommst du automatisch zu mir Ach da oben, was hat sie gesetzt? Alles klar Uuuuh Aua Oh, okay Neue Testkammern, wie ich hier sehe was kommt Bewegungs, Bewegungsgel Ach mit den Gelen? Geil Ja das hab ich auch schon mit dem Springen und so ne Und dem schneller Laufen Ja Aus dem Flug zum Laufband Ja Oh no So So Ja Laufen und Laufen und Laufen zählen die Schritte da ja auch noch dazu Ich hoffe nicht Jetzt bist du irgendwann bei einer Million Ja So Na endlich Die letzte Strecke ist eine Übung zum Erreichen der Menschheit Wie soll gibt's hier nochmal 8, ne? Dieser Test hat also sogar einen Sinn Ja Ohne menschliche Testsubjekte ist das alles rein wissenschaftlich betrachtet völlig sinnlos Ah, du musst da oben drauf Ah, toll ey Geh da einfach durch meins Nein, ich möchte durch mein eigenes gehen Ja toll, guck mal da oben ist drauf Schlau So bringt das auch nix Oh no Das kann ich sein Ne, hier muss noch irgendwas anderes sein Ähm Hier kommt das Gel raus Da Ja, dafür brauchen wir immer das Gel Yo Da ist das Ding Ach Stell dich mal da drauf Ach ja, ich seh's auch, jetzt seh's auch gerade Oh no Nö Da komm ich aber auch nicht drauf Oh no Ey, nun, der Test hat doch nicht mal richtig begonnen und schon ist es schwierig Hm Na irgendwie Ne Das funktioniert nicht Hä? Hier kann man nix machen Hier kann man nix machen Ja, scheiße Wir hängen fest Äh, da ist noch so'n Platschding Hier ist doch was Ah ne, hier kamen wir raus, ne Ja, warte ich geh mal durch dein Portal, weil ich seh hier was Ah, da ist noch ein Knopf Ach so Aber du läufst da auch noch vorbei, ey Ich schick dich schon hier hoch So, jetzt spring ich da auch so hoch Ach ne, reicht nicht Ja, ne, weil ich muss jetzt erstmal hier So, jetzt kannst du hoch springen Ich lauf von diesem Knopf vorbei Ja, lass mal los So, drück mal den Knopf Jetzt Yay Okay Stell dich mal drauf Du musst noch runter und auf das blau-rote Ding Ist noch da? Ja, du musst auf das rote Ding da unten Auf das rote Ding Geht doch Ich dachte grad deine Verbindung wär ein bisschen lang abgekackt Wieso? Runter Ey, weil ich hör dich grad ganz leise Also ich hab nichts bei mir geändert Ja, lag vielleicht am Internet Irgendwie Oh, da stand grad bei mir erneuter Verbindungsversuch Ach so Oh, bei mir ist nämlich alles klar hier Ja, bei mir auch Komisch Oh ja, du solltest vielleicht auch langsam mal hochkommen Äh, ja Oh Oh Ja, danke fürs Wegnehmen Ach, da war das falsche Hier Hinter dir Nein Hinter dir Das hellblaue Glückwunsch Glückwunsch, ihr habt den Test bestanden Einmal verspotten Das ist nicht das beste Team, das ich mir nur wünschen kann Achja, die kenn ich auch noch hier, diese Ach, du musst, suchst du Ärger Ja 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 Was war denn das mit, suchst du Ärger Ah, verspotte GLaDOS in allen fünf Abschnitten vor einer Kamera Ja Ja Okay Wie der Exhaust Rückauspuff wäre ja Schwachsinn Haha, wie so eine Borler Auspuffanlage, ne Ja So, jetzt aber So aus, als hätten die letzten Nicht-Testsubjekte andere Menschen hier heimlich verfangen gehalten Ui, okay Ich glaube, sie wollten sie bestrafen, indem sie sie nicht mehr zu meinem Recht fließen Das, äh, weiß ich auch noch nicht Ach Ähm Ah Okay Hier Absolut Und weiter geht's Ja Ei, 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 ei Aha Da hinten gehen die Klappen hoch Okay Ah Ja Und nun kommt der Großtest Das ist Setz ma- Ah, kannst du gar Haha Wär ja auch zu einfach gewesen, ne Äh Da? Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen Gelee Ach ne, kann man nicht mitnehmen Gelee? Scheiße, ne, kann ich nicht mitnehmen Fuck Äh, bringt nur noch nix, wenn ich jetzt Ach, wie komm ich da hinten überhaupt hin, das ist die andere Frage Eben Haben wir überhaupt irgendwie so... Ach, hinter uns ist da auch noch was Äh, warum eigentlich kompliziert, wenn's auch einfach geht Ja Äh, blödes jetzt nur, ne Das bringt nix, das bringt nix Hm Ja, aber für mich bringt das was Weil, äh, äh, äh Ich müsste da reinkommen Warte mal Kommt man da hin Äh, äh, wie? Ja, das weiß ich auch noch nicht so genau Aha Hm Ah Tja Ah, das, das bringt's Was? Da kann ich auch noch durchspringen Warte mal Äh, ja, 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 ja Setz dich mal, genau, da Ja, äh Toll, und jetzt? Jetzt geh, drehst du, kannst das Ding umdrehen? Ja, ne Doch Nee Dann hab ich jetzt die AK Ja, aber massiv Also, das ist, ne, das bringt nix Deswegen, ja, ich weiß schon, ich muss mich abkacken lassen Ähm, ne, Moment, ich werd weitergedreht Geil Ja, und wohin? Das weiß ich nicht Auf jeden Fall Weg, weg Naja, hat keinen Sinn Ne, ich weiß aber wie's geht Ich muss das Gelee benutzen hier Was hier liegt Ja, nur fahrtsch, nur weh Ja, pass auf, das kommt jetzt Ah So, erstmal noch ein bisschen Gelee verteilen He So, zack So, nochmal Und los Ja, das bringt aber nix Ja, das bringt aber nix Äh, kann ich da nicht drauf springen? Ah, jetzt weiß ich, was du meinst Ja, das bringt auch nix Äh, nicht Äh, nö Du musst nämlich, wenn dann Das bringt alles irgendwie nix Das ist alles sinnlos So Bin ich schon mal hier Jetzt mach ich mir hier ein Portal Zack Und da ein Portal Zack Ach, da komm ich nicht rein Fuck Äh Ey, du musst, mach mal, mach dir mal hier ein Portal Oh Da oben? Ja Ja, warte, mach ich eben Zack Äh, da So Und das Ja, ich weiß aber nicht, wo wir dann hinkommen Äh, das geht natürlich auch nicht Äh, du Scheiße Ja, Problem ist, ich häng glaube ich auch hier fest jetzt Ja He Er ist doch Es sei denn, du setzt mir hier ein Portal hin Und Ach, du kannst das Ding ja nicht umdrehen Fuck Ne, ne Ich kann hier überhaupt nix machen, Alter Es muss aber irgendwie gehen Ja, ja, ist klar Jetzt hab ich da ganz links was hinklatschen, Angeli Ah, warte mal, warte mal, warte mal Ich hab da so ne Ide? Idea, ja, ja Ich auch Mir ist da grad was eingefallen Ja, mir auch Ich weiß auch jetzt wie Also wenn dein's jetzt nicht klappt, ich glaub ich hab's Ja, ja, warte mal Ruhig, Brauner Ganz ruhig Hier muss nämlich noch Gelee hin Gelee? Ja Genau da, wo mein rotes, jetzt dein blaues Portal Da muss Gelee rauskommen Oh, ne Ne, scheiße Hält nicht weit genug runter Äh, bringt nicht viel, ne Ne Ähm Mach mal hier, bei mir Ja, da komm ich ja nicht hin Äh Ja Da kann ich auch keins mehr setzen Ne Scheiße He Ja, das ist wirklich mal Gacki 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 Ja toll, wenn ich hier durchgehe, wird natürlich auch direkt alle Portale weg Ja, eben Äh, ne Ist doch schwul sowas, ne Hä Ja gut, da war jetzt die Frage Wie machen wir das? Ach, da oben ist ja auch noch was Geht da was? Ne Ähm Boah, ich bin am Ende Ich weiß Ich hab keine Ahnung Es geht Aber schon wieder ganz einfach Ja Wir sehen das wahrscheinlich wieder Ich lass mich jetzt mal abkacken, sonst komm ich hier nicht runter Ah Wir sind so nah dran, und was macht ihr? Wir sind so nah dran, das macht ihr, dä, dä, dä Schlampe Ha Das ist doch wahr Hm 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 Man, ey, das kann doch nicht sein Hm Hm Was passiert denn da? Da hier in die Dinger hoch Das, ja Ja, wir bringen uns da hinten aber überhaupt nicht irgendwie Wo kommt man denn hier lang? Ja, hallo, hallo Äh, schaff ich niemals Hinsprung Oh Weiße Scheiße Ja Ja Servus, toll Oh, ich glaub ich hab ne Idee Schieß Ach, du kannst ja nicht da durchschießen Fuck Oh, nee, nee, ey Da kommen wir dran, aber da komm ich nicht dran Moment, einfach nochmal probieren So, zack Und Da hinten das setzen Oh Und jetzt? Zack, einfach nochmal probieren Ja, er landet dann irgendwo Und da ist doch nix Ja, ich weiß Oder Ich nehm das Ding mal Ach, da ist ja, ach, da ist ja so ein Ding, ne Nice Ja, aber Das bringt nix Das, Moment, ich lass mich mal kurz überlegen Ah, doch, ich hab's Ich hab's Wo bist du? Ich hab's hinter dir Warte einfach mal Ich hab Ich hab die Idee Ähm, nee, setz du mal bitte Wo mein hellblaues ist Setz du mal ein Portal von dir hin Ja Und das Äh, rote Da hin Äh, sorry Da hin Ja, war doch da Ja, Entschuldigung Bleib da, jetzt bleib einfach mal da Okay Und mach, nee Ach, warte mal, wo hast du hier aber für nicht Äh Äh Äh, nee, sorry, doch das rote dahin Äh, Entschuldigung Ja, tut mir leid Ja, tut mir sorry, ne Ja, hast du? Ja Ach, nee, aber falsch Das ging nicht klar Ja, ob das, ich weiß schon, was du machen wärst mit dem Gelee, aber ob das klappt Das hat zu klappen, ansonsten verklag ich die Herstelle des Spiels Ansonsten verklagt das Gelee Ne, das bleibt da drin, in dem Ja, und jetzt Ist das noch da? Nein, jetzt ist es weg Ah, sobald das Gel da drin ist, musst du dein Äh Rotes Äh Nein Das Gelbe Portal Da hinsetzen Sobald das da drin ist, ja? Okay Ich sag dir Bescheid, wenn du das machen musst, sag einfach mal Okay Ja, das bringt's, weil ich muss mich hier unten auf das Ding Ja Okay Äh, schieß Yay So Soll ich jetzt mal probieren rüber zu kommen? Nee, warte Äh, okay Weil die Sprungbahn würde eigentlich reichen Ja, nee, aber warte mal eben Äh, mach nochmal das Gelbe bitte in dieses Transformer-Teil da, Transport-Ding Transformer-Teil Ja, du weißt, was ich meine So, und jetzt, ähm Ähm Ja genau, wenn ich jetzt sage, dann machst du dahin das Rote, ja? Okay Wenn ich's dir sage Jetzt Okay Ja Okay, das müsste doch schon gewesen sein Ähm, ja warte mal, wir müssen jetzt nur Oh scheiße, wir müssen jetzt nur eins bedenken, äh, der Sprung nach da hinten Ähm, der ist ziemlich weit Ja egal, äh, guck mal, dass du das Rote Portal irgendwie los wirst Das gehen wir am besten mal da durch nochmal und dann komm wieder zurück Okay, also nochmal Da zum Anfang Also nochmal... Nein, nein, ganz klar, da hinten, hier, da wo ich, da wo das Gelee ist, hier, wo der Knopf ist und so Achso Damit die Portale weggehen von dir Ja Ja Zack, so und jetzt komm's wieder zurück Ja, willst du es probieren? Naja, bleibt nichts anderes übrig Oh Oh Nein Nochmal Nochmal Das klappt so Oh Ne Oh, scheiße, ich bin auch da reingefallen Fuck Aber ich bin jetzt einmal gesprungen So Ne, hier muss auch noch was hin Ähm, mach nochmal bitte Deine Portale In die einen sind das Transportdingens Ja Und das andere Da hin Und wenn ich sage, machst du das Rote irgendwo anders hin Ne Achso, vielleicht soll ich meinen auch erstmal setzen Ja, von Vorteil Willst du noch Gelee schießen? Ach, was mach ich denn für ne Kacke hier Ach, was mach ich denn für ne Kacke hier So, jetzt tun wir den Rotes weg Okay Jetzt Jetzt haben wir Oh, jetzt, jetzt muss ich da der andere Bär Na, stell dich mal bitte auf den roten Knopf Ja, warte Ich bin mal eben das Portal Oh, da haben wir das Rote genau Please Stand On the red Und Ach, einer muss ja hier drauf stehen Ja, stimmt Haha Bounce Bounce Okay Kannst du jetzt da drüben ein Portal Ähm, machen? Ja, hier ist irgendwas Warte Irgendwas ist hier Irgendwas ist hier Ach Ich hab, ich seh hier grad was A Portal Ähm, ja, aber das bringt nicht viel Das Bleib mal genau, bleib mal da drauf stehen Ach Ach Ha Ah Nein Jetzt spring einfach Okay Einfach springen Weiii Jaii Flutsch Ja, und du? Achso, da, ja Jaa Ist cool Aber ich fahr mal weiter, ne Ein Quatsch So Jo, alles klar Kamera neu Ich habe in Vorbereitung der Menschentests Einen alten Kummerkasten konsultiert Der beliebteste Wunsch Weniger tödliche Tests Weniger tödliche Tests Wie können sie wissen, dass die Tests tödlich sind, wenn sie das noch schreiben können? Mein 5.1 System ist ein bisschen laut Ähm, an der Stelle machen wir eben ganz kurz nen Cut Äh, wir sehen uns beim nächsten Pub wieder Bis dahin, ciao Ciao